Appell! Nur eine Woche nach dem Debakel bei der Europawahl hat sich die SPD geschlossen hinter ihren Kanzlerkandidaten Steinmeier gestellt. Mit minutenlangem Applaus quittierten die Delegierten auf dem Wahlparteitag eine kämpferische Rede Steinmeiers. Der Union unter Bundeskanzlerin Merkel warf er Konzeptionslosigkeit und Verlogenheit vor. Der Ausgang der Bundestagswahl sei offen, die SPD werde am Ende gewinnen. Unruhen. Die Wiederwahl von Präsident Ahmadinejad hat im Iran die schwersten Unruhen seit der Revolution vor 30 Jahren ausgelöst. In der Hauptstadt Teheran versammelten sich am Wochenende trotz Warnungen der Behörden tausende Menschen, die der Regierung Wahlfälschung vorwarfen. Der Opposition zufolge wurden 100 Reformpolitiker vorübergehend festgenommen. Der unterlegene Kandidat Moussavi beantragte die Annullierung des Ergebnisses. Ahmadinejad selbst bezeichnete die Wahl als fair und sauber. Entführung. Im Jemen sind sieben Deutsche entführt worden. Es handele sich unter anderem um einen deutschen Arzt, der an einem Krankenhaus in der Gegend arbeite, erklärte das jemenitische Verteidigungsministerium. Die übrigen Deutschen, darunter seine drei Kinder, seien zu Besuch gewesen. Auch ein Brite und eine Südkoreanerin zählen zu den Geiseln. Bundesaußenminister Steinmeier sagte, das Auswärtige Amt habe einen Krisenstab eingerichtet. Hilfe. Die insolvente Karstadtmutter Akandor prüft, ob sie einen sogenannten Massekredit beantragen soll. Nach einem Bericht des Spiegel ist die Bundesregierung bereit, einen solchen Kredit für Akandor wohlwollend zu prüfen und wenn möglich auch zu gewähren. Akandor hatte am Dienstag Insolvenz beantragt, nachdem die Regierung direkte Staatshilfen abgelehnt hatte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017